Musik Musik Die ersten Winterburten. Hier friert unser kleiner Hausteich ein. Aber so schlimm ist es nicht, morgen wird es wieder wärmer. Ja, da geht es wieder hoch, über 10-12 Grad. Es ist bloß heute nur so kalt und dann können wir wieder was machen hier draußen. Wo ist der Wolf? Hast du den gesehen? Fürstlich. Na, wenn das mal nicht geht. Na komm. Das ist eine Treppe. Habe ich extra für dich gebaut. Jenny komm. Das ist eine Treppe. Kennt der Hund nicht. Komm her, komm. Ja, vorsichtig. Super gemacht. Muss man erst kennenlernen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah? Ja. Denke ich auch. Und fand diesen schönen Pilz hier direkt bei mir im Vorgarten. Ein Birkenpilz. Keiner da. Wölfer. Vor einem Jahr hier noch ins Wasser gestiegen. fehlt jetzt so ungefähr einem Jahr und halber Meter Wasser und man konnte noch nie, also ich kann mich nicht erinnern, unten am Wasser, am Wasserrand unten längs das Schervensee spazieren gehen. Das gab es hier draußen noch nie. Das mache ich heute zum ersten Mal und das war noch nie der Fall gewesen hier, noch nie.